Herzlich willkommen Leute, es ist Seelentauschzeit. Ja, und wir haben die Helden schon besprochen, das wollen wir also nicht machen. Ich möchte meinen Senf dazu abgeben, wen ich nehmen würde. Meine Wahl möchte ich euch zeigen. Und wir haben 34 Helden in der Ausbildungsstufe 20, die wir rausholen wollen, um zu schauen, ob 5 Sterne Helden bei sind, die wir eintauschen können. Von daher, los geht's. Das Intro klang irgendwie unrund gerade, aber egal. Da Empires Video ist ja grundsätzlich ungeschnitten gekommen, nehmen wir das einfach so hin. So, also, machen wir die Mauts an. Wir haben Seelentauschzeit. Wir haben die Helden schon besprochen. Wer es nicht gesehen hat, also meine Meinung ist eigentlich gleich geblieben tatsächlich. Ich hab mir auch ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Informationen, die in den Kommentaren und so waren, mir zu Herzen genommen, haben wir den ein oder anderen Helden nochmal angeguckt. So richtig hat's mich nicht weggebasht, ja. Ich werd gleich nochmal sagen, in welcher Stufe ich wen als Favorit für mich sehen würde. Und dann gucken wir mal, ob ich tausche oder nicht. So. Vorher aber, weil es mitentscheidend, ne, wir haben Ausbildungslager Stufe 20, läuft jetzt seit dem letzten Soul Exchange wieder durch. Wir haben 34 Ausbildungen drin. Und wir würden natürlich jetzt hoffen auf viele Fünfer, wie es immer so ist. Deswegen macht man ja den ganzen Quatsch. Zusätzlich haben wir das Gute, das aktuell im Weg der Tapferkeit, ja, also in dem großen Weg, ja, der Göttlichkeit, dass da, ähm, ja, ne Vier-Sterne-Ausbildung gefordert ist oder ne Beschwörung. Und, ähm, von daher, äh, haben wir das gleich mit abgefrühstückt, was ja gut ist, weil irgendein Vierer wird wohl vorbeikommen. So, von daher drücken wir auf den Knopf, wir sammeln ein und hoffen auf coole Geschichten. Gucken wir mal, siehste. Also, Vier-Sterne-Ausbildung haben wir schon mal abgeschlossen, das ist schon mal gut. Vier-Sterne-Ausbildung haben wir schon mal geschlossen, das ist schon mal geschlossen, das ist schon mal geschlossen, das ist schon mal geschlossen. Aber immerhin. Isania. Nächster Fünfer. Immerhin. Habe ich auch das Thun-Kostüm nicht. Die habe ich bekommen, als ich Thun-Kostüme beschworen habe, wo sie noch keins hatte. Mega, ja, einfach mega. Aber, zweiter Fünf-Sterne-Held. Alledude. Ulmer. Da war. Mondfalke. Ah, jetzt gucken wir nochmal durch. Manchmal ist es nämlich so, dass ja Helden, wenn die einmal aufploppen, doppelt da sind. Das hatte ich nämlich auch schon mal, da habe ich, glaube ich, Eisler bekommen. Und hatte den dann zweimal. Ne, so wie auch Gormick hier zweimal auftaucht. So, sieben sind noch drin, aber Heldenliste ist voll. Das geht in sie. Nur mal aufpassen, dass wir nicht die Crazy Fünfer verleveln. Ja, das wäre ärgerlich. Wäre nicht das erste Mal, dass ich da ein bisschen flott bin und auf einmal ist ein Fünfer weg. Ist zwar schon eine Weile her, aber ist mir tatsächlich passiert. Kirill kam tatsächlich nur einmal und dann kommen nur noch die Fünfer hier oben, ne? Genau. Okay. Aufleveln. Zack. So, deswegen hatte ich sie jetzt auch nochmal vorab gebraikt, weil ich wusste, dass da was reinkommt. Ich habe ja auch überlegt, ob ich Ninja beschwöre, ne? Die Münzen dafür sind da. Im Moment fühle ich es nicht. Ja, also im Moment fühle ich es nicht. Von daher könnte es sein, dass ich heute keine Ninja-Beschwörung mache. Weil wenn ich es dann, also wenn ich es fühle und nichts kriege, ist es schon scheiße. Aber wenn ich es nicht fühle und mich dann hinsetze und nichts kriege, dann ärgere ich mich erst recht, weil ich ja vorher schon gesagt habe, dass ich es nicht fühle. Verstehst du? Das ist irgendwie sauscheiße. Und dadurch, dass die Ninjas ja Ende des Monats schon wiederkommen, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das heute mache oder nicht. Vielleicht warte ich auch auf den nächsten Monat, also auf das nächste Event Ende des Monats. Weiß ich nicht. So, gucken wir mal, ob bei den Sieben noch was bei ist. Sieht nicht so aus. Nee. Nix mehr bei. Nur noch Dreier. Okay, aber zwei Fünfer in 34 Ausbildungen. Wie gesagt, beim zweiten Account habe ich eine bessere Quote. Ähm, aber gut, also zwei Fünfer möchte ich mich jetzt erstmal grundsätzlich nicht beschweren. Ist alles gut. So, dann gehen wir mal rein in den Seelentausch. So, ähm, also, wie gesagt, besprochen haben wir die alle schon, wo klar war, dass sie kommen. Wer es nicht gesehen hat, Video kommt in der Infokarte am Ende des Videos eingeblendet, sodass man da nochmal nachschauen kann, wenn man da Bock drauf hat. Grundsätzlich gilt erstmal, ja, für alle, die, äh, unentschlossen sind, noch nicht so richtig wissen, was sie sich aussuchen und alles, ne. Grundsätzlich gilt erstmal, nehmt alles, was egal, äh, ich oder andere YouTuber von sich geben als Information und versucht euch euren eigenen, ja, Gusto zu bilden. Ja, im Sinne von, dass ihr überlegt, das ist einfach essentiell, was habt ihr für einen Kader, was habt ihr, was braucht ihr unbedingt. Ganz wichtig an der Stelle, wenn ihr schon Helden eintauscht, habt ihr die Materialien, um sie aufsteigen zu lassen, also um sie auch wirklich durchzuleveln, ja. Habt ihr Wappen für die Leute, habt ihr, äh, vielleicht sogar Break-Material, weil es euch Helden wert sind zu breaken. Also, das sind so Punkte, die einfach unfassbar wichtig sind. Es hilft euch einfach überhaupt nichts, wenn ihr euch hier irgendwie was aussucht, egal ob hier oben oder da unten, und ihr dann feststellt, dass ihr zum Beispiel, mal angenommen, Rot-Hypnos nehmt und stellt dann fest, dass ihr gar keine Ringe habt. Weil, wenn der natürlich nochmal im Dreivierteljahr, ja, bei euch rumliegt, dann habt ihr einfach, äh, 20 Helden getauscht und wir wissen nicht, ob Hypnos dann noch irgendwie einsetzbar ist. Wisst ihr, was ich meine? Oder ob ihr nicht eventuell einen anderen roten Helden bekommen habt, den ihr dann vorzieht. Und dann liegt der ewig rum, dann habt ihr zwar getauscht, wenn ihr zu viel habt, um Platz zu brauchen, ist das alles nicht das Problem, ja, wenn es also einfach nur um Platz wegmachen geht. Aber wenn es darum geht, dass euch der Held tatsächlich weiterhelfen kann, dann achtet da drauf, dass ihr die Materialien zur Verfügung habt. Sonst macht das alles einfach keinen Sinn, muss man tatsächlich sagen, ja. So, für mich hier in der ersten Reihe ist ganz klar der Favorit Nemesis. Das ist einfach meine Meinung. Ich finde Nemesis hier am stärksten. Ich weiß, der ein oder andere hat auch geschrieben, dass er den hier zum Beispiel ganz cool findet, ne, der hat ihn schon oft den Arsch gerettet. Genauso haben einige geschrieben, dass, äh, auch sie schon oft den Arsch gerettet hat. Das, äh, das, das mag alles sein, ne, da möchte ich auch gar nicht gegen reden, weil das kommt halt immer auf die Teambildung an und und und, ne. Ähm, ich persönlich finde, dass Nemesis für zehn Helden hier vorne das, äh, tatsächlich beste ist. Ich finde, dass die in der ersten Stufe, ja, also mit fünf Schrägstrich sechs Steinen 500 Prozent Schaden macht. Auch wenn die Werte nicht so knüppeldicke sind, finde ich einfach mega gut, ja, das finde ich mega gut. Also, ein sehr schneller Sniper finde ich einfach riesig. Von daher ist sie für mich der definitive Favorit in den Zehner-Bereich. Problem, ich habe Nemesis auf 3,70. Also fällt sie für mich einfach raus. Also, ich habe sie das erste Mal noch nicht fertig, weil immer andere Helden kamen, brauche ich mir keine zweite reinpacken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie leveln werde, zweimal, ist halt relativ gering. So, im nächsten Bereich, hier unten, da ist für mich zum Beispiel ganz klar der Favorit Konstanze, ja. Im 15er-Bereich, ich finde Konstanze ist ein sehr, sehr cooler Held, das ist jetzt meine Meinung, ne. Der Schaden, logisch, beste ich nicht komplett raus, darum geht es aber auch gar nicht. Es geht um den Ausweicheneffekt, den sie zusätzlich mitbringt. Und das finde ich einfach mega cool. Ich habe Konstanze in der Defensive, wo sie noch, also zu der Zeit, wo sie noch viel gespielt wurde, habe ich sie gehasst. Ich kann mir durchaus vorstellen, gerade weil wir ja mittlerweile sehr viele Gegner haben, die eine harte Kelle schwingen, dass sie in dem, ich sag mal so, im Konstrukt-Team als Supporter richtig cool kommen kann. Also hier sehe ich definitiv Konstanze als das Maß der Dinge bei den 15er-Helden. Und ich finde auch, dass sie 15 Helden wert ist, also meine Meinung, ne. So, letzte Reihe, das ist echt nicht ganz ohne. Also Rochefort, Rochefort, Entschuldigung, ist eine richtig geile Sau, muss man sagen. Ist eine richtig geile Sau, ja. Füge dem Ziel 565% Schaden zu, näheren Gegnern geringen Schaden. Und bei ihm muss man halt gucken, dass man aufpasst, wie man ihn einsetzt. Denn wenn das Ziel in drei Zügen besiegt wird, erhalten alle Gegner 957 Schaden. Das heißt also, du musst Rochefort so einsetzen, dass der Gegner nicht tot ist, der anvisiert ist, sondern, ähm, also das Ziel. Sondern er innerhalb von drei Zügen danach stirbt, dann kriegen alle 957 Schaden. Und damit ist das eine ganze Menge Holz. Also er knallt auf einen sowieso schon recht deftig, auf die anderen Benachbarten ein bisschen. Und dann nochmal 952 auf alle, wenn das Ziel besiegt wird. Das ist schon satt. Also das ist insgesamt schon echt ein sehr, sehr cooler, krasser Schaden, ne. Muss man ein bisschen timen, muss man sicherlich sich ein bisschen ausprobieren. Äh, und dann ist schick. Also ihn, Hypnos, hab ich schon. Macht für mich also überhaupt keinen Sinn. Würde ich aber, äh, durchaus empfehlen. Ich find den unfassbar nützlich, gerade mit diesem Immunität geben bei den Gegnern. Also, dass die keine Bonis mehr erhalten können. Äh, auch wenn das nur zwei Runden sind. Er ist in sechs, schräg, schräg, fünf Steinen geladen. Mega cool. Und wenn du ihn in die zweite Stufe bekommst, entfernt er erst den Bonus und macht dann seinen Schaden. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Er macht erst den, den ganzen positiven Kack weg. Zum Beispiel, er nimmt erst den Spott runter und dann macht er den Schaden auf alle. Nicht andersrum. Mega cool. Und, ähm, sie knallt wohl auch ganz schön ordentlich rein, hab ich gehört. Insgesamt würde ich aber behaupten, aus meiner Denke wieder, ja, Rochefort und Hypnos wären hier bei mir die Favoriten. Dementsprechend, weil ich Hypnos habe, wär's Rochefort. Jetzt ist die große Frage, die man sich immer stellen muss. Hat man denn Helden, die man dort irgendwie platzieren kann? Ja, so. Wenn ich jetzt mal so gucke und ich die mal frei mache, dann hätten wir jetzt hier drei. Drei Leonidas habe ich. Ob ich jemals einen vierten brauche, ist eher unwahrscheinlich. Einen Killhasen brauche ich definitiv nicht. Ich habe auch einen Gladius, finde ich ganz cool. Den würde ich mal drin lassen. Sie triggert mich gar nicht. Sie wäre für einen Titan sicherlich interessant, aber das, ja, also eher nicht. Ja, dann haben wir Sir Kazimir, äh, Kazimir, sorry. Ich finde den ja scheiße. Viele schreiben mir ja immer wieder in die Kommentare, sie finden den in Rush monströs, mega geil. Könnt ihr machen. Ich bleib dabei, der ist kacke. Würde bedeuten, äh, hier sehen wir jetzt schon, sind wir im gelevelten Bereich angekommen. Ich bin ja jemand, der zum Beispiel durchaus, äh, dazu neigt, auch gelevelte Helden wegzugeben. Ja, ja, ähm, ich finde Aviana gar nicht so schlecht. Die macht natürlich jetzt nicht den Mega-Schaden, aber dieses, äh, Immun-Machen finde ich sehr, sehr cool. Kritische Treffer, also ich finde das einer der besseren Monatshelden auf jeden Fall. So, und dann haben wir halt zehn, ne? Königin Anne zum Beispiel und Gladius habe ich durchaus vor, eventuell noch zu leveln. Ob ich einen zweiten Wächter levele, weiß ich noch nicht, geht mir aber durchaus durch den Kopf, weil ich halt das Kostüm habe. Herrscher Loki, würde ich fast meinen, kann ich darauf verzichten, habe ich schon ewig. So, und dann bin ich aber halt hier oben schon in dem Bereich, wo ich, ähm, jetzt Helden weggeben muss. Und da muss man immer sagen, okay, ist es einem das jetzt wert, gelevelte Helden abzugeben? Ihr wisst, wenn es mich richtig hart triggert, dann, äh, würde ich das tun. Was würde für mich in Frage kommen? Ähm, ich müsste fünf Helden noch zusätzlich freimachen für Konstanze. Da geht mir durch den Kopf, ich habe noch einen weiteren June. Einen habe ich ja jetzt mit Toon Kostüm fertig, der soll auch noch gebraked werden. Dann habe ich einen weiteren June, ich möchte gerne zwei Junes haben, weil ich diese Toon Kostüme einfach geil finde. Mh, und, ja, das ist einfach, das ist einfach schwierig, ne? Ja, so, das heißt, wartet mal kurz, einen Moment mal kurz. So, Entschuldigung, das war eine kleine Unterbrechung gewesen. Ähm, also ob Konstanze jemals bei mir gelevelt werden würde, ja, vor allem wenn ich dann gucke, was ich an Material habe, nämlich zweimal Giftpfeile, das heißt, selbst für June brauche ich noch vier, dann ist das schwierig. So, und ich müsste zehn Helden freimachen für Rochefort, um die sechs Wappenröcke loszuwerden. Ja, und ja, ich könnte ihn Limit breken. Ähm. Und da muss ich sagen, zehn Helden nochmal zusätzlich. Mal gucken, selbst wenn wir mal sagen, die, die ich jetzt schon lange nicht angefasst habe, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Helden, die, ja, ich sag mal, die durchaus Potenzial haben. Eine Königin Anne im Rush oder was, brauchen wir nicht drüber reden. Denn Gladius finde ich an sich nicht so ganz verkehrt. Er ist auch quasi in einer neuen Beta-Version, wird er eventuell noch ein bisschen verstärkt vom Schaden her. Also durchaus interessant. Und jetzt müsste ich noch fünf angefangene, schrägstrich fertig gelevelte Helden tauschen. Und das Entscheidende ist eigentlich dabei, also ich hätte vom Prinzip her nicht mal das Problem zu sagen, ich nehme ein Esla, eine Kadilen, weil ich spiele die alle nicht, eine Elena und so. Aber dadurch, dass es die Thun-Kostüme gibt, wäre es, so wie man Esla, Elena oder was weiß ich auch, wenn das Kadilen-Kostüm dann kommt im Thun, so wie die kommen, ist ja ein Esla-Kostüm-Thun. Elena-Kostüm-Thun, sofort wieder spielbar. Spätestens im Rush. Und dann hast du dir natürlich das alles weggebügelt. Und das passt einfach nicht. Von daher ist meine Wahl, dieses Mal nichts zu tun. Es ist der erste Seelentausch, den ich aussitzen werde. Ansonsten habe ich ja immer was genommen, weil ich immer eine Vision, eine Idee hatte, bei dem hier aber tatsächlich nicht. Von daher überlegt weise, ob ihr wirklich tauschen wollt, ob er euch weiterhilft, ob ihr ihn leveln könnt. Und in dem Sinne drücke ich euch die Daumen, dass ihr euch richtig entscheidet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.